Was machst du wieder? Ich hatte gerade eine gute Idee für ein Interviewformat, das wir bei uns machen könnten. Ok. Brauchst du dann ein Studio dazu? Nein, wir haben ja genug Platz, wir haben ja genug andere Sachen. Wir haben das Sofa, also wir brauchen kein Studio. Ok. Nur Publikum? Publikum können wir im Endeffekt, das können wir am CZ machen. Ah, so, wie ein Schilder, so. Brauchst du einen Moderator? Ja, wer hast du gedacht, das wäre Epileo? Ah, die? Nein, da kannst du nicht einfach einen vom Fernsehen nehmen, das bringt doch nichts. Also ich denke, wenn einer genug lang die Passion gelebt hat, dann weiss er, auf was es ankommt und was für Fragen, das interessiert. Darum bist du. Darum bin ich der. Das war eigentlich eine toffe Frage von mir. Ja, das ist gut. Also Technik, brauchst du in welche Kameras? Nein, wir haben Handys, also wir haben mit dem Handy gefilmt. Von dem her ist das kein Problem. Ok, gut. Also tipptopp. Mikrofone? Die haben wir schon. Wir können immer über unsere Videos machen. Das ist, wir müssen noch ein schöner Verstecken als das hier. Das ist das rote Smart Love Plus. Funktioniert immer frei. Licht? Es ist Helfer draussen. Die Natur gibt es genug. Es gibt sogar gratis. Gratis. Geil. Wir sind einfach so, wenn wir im Winter ein bisschen fetschen, oder sauber ein bisschen weiter weg. Vielleicht ist es dort, aber da funktioniert alles. Ok, voll zu klar. Brauchst du noch irgendwie Geld? Geld. Was ist Geld? Geld brauche ich nicht. Geld habe ich genug. Ok gut. Geld macht nichts besser. Geld macht nichts komplizierter. Geld macht nichts komplizierter. Das ist so. Was brauchst du denn? Nichts. Also wir haben alles. Im Prinzip können wir loslassen. Ich brauche dann nur das Go. Ja, dann go. Gut. Wir machen das ab 1. November. Weil es in ein paar Tage ist. Also ja, bald ist. Und wie häufig sollte mir das erscheinen? Ja, ich habe mal eben alle zwei Wochen. Es kommt sich in der Frage, wie viele Interviewpartners man findet. Weil wenn alle Wochen vielleicht ein bisschen eng. Alle zwei Wochen wird ein bisschen lang. Wahrscheinlich wechselt man ein bisschen ab. Wir sehen es. Ich weiss noch nicht so recht. Ok. Wie lange willst du das machen? Bis entweder die Interviewpartner auszugehen, oder bis ich keine Lust mehr habe. Das ist einfach das, was früher eintritt. Bis Motivation fährt. Worst Case, wenn es nicht funktioniert? Dann stellen wir das Sofa wieder hinten. Dann kann die Ute wieder im Mittagsschlaf machen. Und wir brechen die Übung ab. Ja, dann schauen wir zusammen. Und gehen wieder arbeiten. Genau. Dann schauen wir doch mal, wie das läuft. Genau. Also, let's go. Wir sehen uns am 1. November. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. .: Also, einen?